Hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 48, meines FIFA 12 Let's Place mit dem FC Bayern München. In der letzten Partie habe ich mich sehr sehr viel aufgeregt, habe dafür aber einen neuen Spieler verpflichtet, nämlich Shardam Shaqiri, wie er richtig ausgesprochen wird. So wurde es mir zumindest zugetragen. Naja, wie gesagt, 5 Spiele Sperre und jetzt leckt es gerade das nicht gut. Eigentlich dürfte ich es nicht legen, aber das tut es trotzdem. Es ist nicht gut. Speichern brauche ich gar nicht. Nächste Partie gehen wir jetzt. Mein Teammanager steht dann dort. Was haben wir denn zu tun? Ranokia muss ganz raus, Tatsache. Jetzt haben wir natürlich zwei neue Spieler, ne drei neue Spieler und einer ist direkt mal mit Rot vom Platz. Aber zwei Spiele, obwohl er eine Gelb-Rote hatte, was schon mal gar nicht geht, das ist nämlich nicht möglich. Der kann noch keine Zwei-Spiele-Sperre für eine Gelb-Rote Karte bekommen. Dann haben wir noch Manuel Neuer, drei Spiele-Sperre für ein Foul, was kein Foul war. Ja, schön, dass die Schiedsrichter uns so treu zur Seite stehen. Wie Heimo Wasserschneider. 8. September 2012. Anstoß 15.30 Uhr. Bayern München gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ja, Schiedsrichter wie gesagt, Heimo Wasserschneider. Profi, sechs Minuten trocken und mit Tactical Defending. Auf geht's. In der letzten Partie haben wir mit 2 zu 0 gegen Gladbach verloren. Wie gesagt, das haben vielleicht viele von euch mitbekommen, dass ich mich sehr aufgeregt habe. Und zwar nicht zu wenig, sondern sehr. Und Boot. Stimmt ein Tor. Boot. Hans-Jek, Boot. Boot. So, wir haben Scheran. Scheran, Schakiri. Oh, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Haben wir jetzt auf der Bank. Ach, Quatsch. Haben wir jetzt in der Aufstellung drin. Und ich bin mal gespannt, was der so bringen kann. Ob der jetzt zu einer ist wie Ribéry. Der läuft jetzt auch mit der Nummer 7 rum. Das Schakiri hat die Nummer 7. Wir können nicht gegen einen Aufsteiger verlieren. Das ist mir schon mal ganz klar. Also wir dürfen nicht gegen den Aufsteiger verlieren. Es ist ja zu Unrecht geschehen, dass Manuel Neuer mit der roten Gerade vom Platz geflogen ist. Aber was soll man tun? Man kann sich nicht dagegen wehren. Man kann keine Revision erlegen, gar nichts. Warum marschieren die hier einfach so durch? Na egal, jetzt geht's erstmal für uns nach vorne. Och, Robben, hol dir doch das Ding. So, hoher Druck machen wir. Ich hab gestern mal was ausprobiert gehabt in Online-Spielen. Bisschen hohen Druck eingestellt gehabt. Auf einmal läuft es nach vorne richtig gut. Da hatte ich einmal 4-1 hinten gelegt. Und dann ein 4-4 draus gemacht. Schweinsteiger. Mülle. Schweinsteiger. Auf geht's. Zu Pato. Pato. Oh, da steht einfach Robben. Nein, nein, nein. Wieso macht er das Ding nicht rein? Ich glaub's nicht. Auf Müller. Mach wohl das Ding wieder. Schöne. Schöne. Was hat denn der für ein Fuß? Das hab ich noch gar nicht nachgeschaut. Oh, da haut er noch vor mir raus. Ich wollte jetzt einfach mal schießen. Aber jetzt hab ich, jetzt weiß ich nicht, was der für ein Fuß hat. Ich glaub mal rechts, oder? Muss ich einfach mal nachschauen gleich. Schauen wir mal schnell. Ich geh mal davon aus, Rechtsfuß. Nein, er ist Linksfuß. Toll. Gut nachgedacht, Junge. Ja, bleib einfach da stehen. Och, Mist. Kajo. Köhler. Da haben wir viele Leute, die ich zum Beispiel gar nicht kenne. Also ich kenne ja nur die ersten Liga-Spieler, die von, da kenne ich jetzt nur Alex Meier, Kajo kenne ich, aber Zavellas habe ich noch nie was von gehört. Komisch. Ich hab mich immer so gut ausgekannt mit den Spielern, aber irgendwie im Moment verfolge ich das kaum noch. Ich sehe nur noch die erste Bundesliga und dann sieht man eben nur noch, wie jetzt immer, ganz neue Spieler aus Kriegischen Land, was weiß ich, woher kommen, die von denen man noch nie was gehört hat. Papadopoulos, da hab ich auch gedacht. Was ist das für einer? Und das hatte hier bei FIFA so ein Riesentalent. Jetzt hol ihm nochmal einen Ball, aber ich glaub's nicht abseits. Also ich darf diesmal nicht mehr so übermittig werden wie im letzten Part und jeden umgrätschen. Das hatte sich nicht gelohnt. Komm schon her, 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 komm schon her. Ha, nass gemacht. Und dann fehlt was. Oh. Ja, pass ihm ruhig in den Lauf, pass ihm in den Lauf. Und so lahm. Und dann grätscht er am Ball vorbei. Und sowieso am Ball vorbei, ich glaub's nicht. Also bei mir läuft jeder Mensch am Ball vorbei. Jeder Spieler, wollte ich sagen. Jeder Mensch. Äh, jetzt leckt's. Alt, stopp, jetzt machen wir Pause. Ich kann so lange keine Aufnahme machen, wie das hier weiter leckt. Das ist immer wieder scheiße, muss ich ehrlich sagen. Das liegt an der Grafikkarte, soweit ich weiß. Oh, Müller. Oh, das gibt's doch nicht. Das liegt in der Grafikkarte AMD, die haben da irgendwelche Probleme. Dann kommt's immer wieder zum Mikrorugglern. Was natürlich für mich jetzt gerade mal gar nicht so gut ist. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Bato hat jetzt die 9. Ach, Mist. Ja, mach Kamikaze, Junge. Eee. Jetzt fang ich wieder an zu grätschen, wenn das so weitergeht. Und dann sieht's böse aus für euch. Habt da gar keine Chance mehr. Wenn ihr mir nicht freiwillig den Ball überlasst. Übergebt, sozusagen. So wie jetzt. Uh, Thomas Müller mit dem 1 zu 0 in der 35. Spielminute. Yay. Ich hab ja gesagt, ihr müsst mir nur freiwillig den Ball geben. Dann lass ich euch in Ruhe. Das habt ihr jetzt getan. Ein böser Abwehrfehler. Und Müller hätte ja eigentlich auch mit rechts verwandeln können. Aber wieso? Ihr wollt ja auch nicht mit links in den Winkel schießen. Na gut. Wenn er das will. Wenn das sein Ziel ist. Dann hat er es jetzt erfüllt. Thomas Müller mit dem 1 zu 0. Gut. Diese erste Hürde hätten wir schon mal geschafft. Die Führung zu übernehmen. Jetzt geht es daran, die Führung auszubauen. Super, Pato. Super von Pato nachgesetzt. Oh, das war faul. Das war ein grobes Foul. Da kann man schon mal rot geben. Haben wir einen guten Links- Einen guten Rechtsfuß. Ach, wieso? Ah, jetzt leckt es schon wieder. Diese Lecks können jemanden schon mal sehr nerven. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, oh, oh. Abgefälscht. Das gibt Eckball. Diese Lecks geben wir wirklich auf den Nerf. Oh. 2 zu 0 für Mainz gegen Hertha BSC. Shaqiri beim Eckball. Oh. Oh, was war denn das? Das war doch kein Foul. Was hätte ich denn jetzt absichtlich umgelegt mit seinem Schussversuch? Nein, geh doch vorbei, Köhler. Oh, der nebengeklätscht. Kajo. Komm, hol dir das Ding, Junge. Oh. Nein. Oh, oh, oh. Gibt aber nichts. Das gibt Eckball. Kein Elfmeter. Ich habe schon gedacht, er wird jetzt gleich Elfmeter verhelfen. Dann hätte ich aber gerade angefangen zu schreien. Schön gemacht. Oh, super Ball. Raus auf Philipp Lahm. Philipp Lahm. Philipp Lahm. Da ist das 2 zu 0. 45. Spielminute. Super Ball von Alexandre Pato. Wirklich richtig klasse geschlagen dieser Ball. Ich habe schon gedacht, er geht zu weit, weil ich so lange draufgedrückt habe. Aber da kann Lahm schön über die linke Seite eindringen und das Leder wieder mal oben rechts verwandeln. Genau wie Thomas Müller eben. Also 2 zu 0 gegen den Aufsteiger. Also 2 zu 0 gegen den Aufsteiger. Meister gegen Aufsteiger sollte man eigentlich nicht anders erwarten. Und wieder ein individueller Abwehrfehler. Oh, da geht er auch richtig ran und behalte den Ball. Aber das willst du anscheinend gar nicht. Gut so von Marz Hummels. Ja, Halbzeit. 2 zu 0 zur Halbzeit. Ein ganz respektables Ergebnis. Wir haben uns gut geschlagen. Hier hätten wir noch mehrere Tore schießen können. Das ist natürlich klar. Aber da habe ich mich nicht so gut verhalten in dieser Situation. Jetzt leckt er natürlich schon wieder. Werde ich mal kurz Pause machen nochmal. So, jetzt hoffe ich, dass diese Lecks jetzt mal für eine kurze Zeit aussetzen. Oder einfach mal nicht erscheinen. Weil ich würde mich jetzt gerne frei aufnehmen. Ohne Fehler. Ohne Unterbrechungen. Kretsch. Stirb. Stirb. So. Wir brauchen uns ja jetzt nicht aufzuregen. Oder ich brauche mich ja jetzt vorerst nicht aufzuregen. Wir führen ja 2 zu 0. Ganz gemacht. Wir haben gar keinen Grund, uns aufzuregen. Und die Abwehr macht immer wieder Fehler. Also die Abwehr der Gegner. Auch wenn sie jetzt mal was gut macht. Die machen die ganze Zeit Fehler. Und Robin kann sich auch nicht im Kopfball durchsetzen. Oh, super. Nein. Super. Ich sag ja, das hab ich schon öfters mal gesagt. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Vor allem soll man die Spieler gar nicht loben, weil die erstmal was richtig machen und dann gar nichts mehr. Das gibt es einfach nicht. Ich kann sagen, was ich will. Wenn ich sage, oh super hast du den Ball geholt. Bam, verliert er wieder. Wenn ich sage, oh super hast du den weggegrätscht. Bam, kriegt er rot. Schöner Ball auf Müller. Perfekt Schuss. Und da ist das Ding drin. 3 zu 0. Thomas Müller. Da muss er auch mal seinen Namen zeigen. Thomas Müller. Schön. Aber wunderschöner Ball. Und super angenommen. Und dann vollendet unten rechts in die Ecke. Keine Chance für den Torwart. Ich hab gedacht, oh zieh ich einfach mal ab, ne. Hat jetzt sogar was gebracht. Boah, der hat ja gerade, ist ja gerade noch so drangekommen, der Gegner. Matmur. Matmur. Hol ja, das Ding, Junge. Jetzt fängt es schon wieder an zu lecken. Oh, Pause. So, da bin ich wieder. Irgendwie muss ich das ja hier hinbekommen, mal ohne Pause in der Aufnahme. Aber das wird wohl nicht mehr geschehen. Dann hab ich, äh, vor ein paar Minuten einen Kommentar bekommen von... Mist, jetzt hab ich den Namen vergessen. Ähm, warte war das... Irgendwas mit 2010. Sea Fighter 2010 war's, glaub ich. Der hat geschrieben, äh, mit Manuel Neuer, dass ich... Oh, jetzt leckt's schon wieder. Dass ich, äh, aufpassen soll, wenn ich einen neuen Torwart haben will. Soll ich mir Lurie holen oder so? Oh, warum sollte ich einen neuen Torwart haben wollen? Und ich hab Manuel Neuer. Ich bin von ihm vollends überzeugt. Der war letzte Saison, ich glaub, 14 Spiele ohne Gegentor. Und ich bin vollends überzeugt von ihm. Ich werde mir keinen neuen Torwart holen. Der wird noch besser. Manuel Neuer. Ich bin auch in echt überzeugt von ihm. Von daher... Ich werd mir jetzt... Keinen neuen holen. Warum ist der jetzt so langsam? Gut so. Hol dir das Ding nochmal. Ja, was machst du denn? Also jetzt wär ich schon mal für ein 4-0 noch. Wär ich noch dafür. Also ganz ehrlich, jetzt... Ah, gut so. Wenn's jetzt noch einmal auffällt hier... Äh, noch einmal anfängt mit dem Lecken. Dann werde ich doch noch aggressiv heute. Aber Leverkusen-Haufenheim gerade das 1-zu-1 erzielt. Warum tanzt der mich so aus? Ich versteh das nicht. Komm raus damit jetzt, Hummelz. Jetzt leckt's. Weiter geht's. Hoffen wir, dass es jetzt aufhört zu lecken. Irgendwie stört das mittlerweile. Jetzt muss ich die ganze Zeit sagen, kurze Pause, weiter geht's. Kurze Pause, weiter geht's. Das stresst. Ganz ehrlich. Ja, hau ihn um. Ich hab jetzt wieder Lust zu krätschen. Aber nicht unnötigerweise. Wir führen hier 3-0. Kann uns eigentlich nichts mehr passieren, würde ich sagen. Boot bleibt drin. Boah, fliegt der da am Ball vorbei. Jetzt aber. Sehr dank, Shakiri. Geh mal ab. Na, oh, da ist ja gar keiner. Schade. Ei, ei, ei. Auswechslung. Auswechslung. Korkmaz kommt ins Spiel. Wie mit Korkmaz. Flanke in die Mitte. Da steht Thomas Müller, aber der ist nicht zum Schuss bereit. Weil dort ein Gegenspieler steht, der ihm den Ball vor der Nase weg schnappt. Philipp Lahm, was machst du da? Philipp Lahm hat den Ball. Dass Philipp Lahm so gut dribbeln kann, hätte ich nicht gedacht. Oh, hab ich ihn nass gemacht. Oh, was macht der? Den hätte ich fast noch gehabt. Warum holt sich Thomas Müller diesen Ball nicht? Dann hätte er super voll wandeln. Nein, verwandeln können. Bam. Wow. Alter, war das ein Schuss. Einfach mal drunter gehalten. Schaut euch das an. Jetzt leckt es zwar ein bisschen, aber bam. Boom. Das schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Aber erst mal, wenn es aufhört zu lecken. Und zwar jetzt. Schauen wir mal nochmal. Jetzt Orbit. Schweinschäger fällt fast nach hinten um. Und dann einfach mal. Bam. Oh, wenn der drin gewesen wäre, das... Alter, da hätte ich mich aber übel gefreut. Da wäre ich ausgerastet hier. Boah. Und jetzt macht der schon wieder so einen kurzen Ball. Ich bekomme den schon wieder nicht. Da wäre ich aber total ausgerastet jetzt. Was war denn das für ein Schuss, bitteschön, von Schweinschäger? Jetzt leckt es ja immer noch. Jetzt mache ich gleich das Spiel nochmal aus und mache es nochmal neu. Oh, das mit den Lecks lasse ich jetzt. Und spiele ich halt so durch. Oder auch nicht. Das ist einfach scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es die ganze Zeit diese Lecks gibt. Das ist einfach nur AMD-bedingt. Aber ich bin... kein so Nvidia-Fan. Und ich kaufe mir nicht für sowas extra eine neue Grafikkarte, nur weil ein Spiel nicht richtig programmiert ist, dass es nicht mit AMD-GPUs läuft. Oh, Telefon. So, entschuldigt bitte. Da war gerade ein kleiner Anruf zwischendrin und dann habt ihr jetzt gerade die Zwischenszene nicht gesehen. Aber ist ja egal. Wir haben 3 zu 0 gewonnen. Hier seht ihr die anderen Ergebnisse. Mainz gegen Hertha 3 zu 1. Leverkusen-Hoffenheim 1 zu 1. Dortmund-Hannover 1 zu 1. Ja, 2 zu 2. Hamburg-Bremen ebenso. Wolfsburg 2 zu 0 gegen Freiburg. Ja. Thomas Müller war der Spieler des Tages. Hat ja auch gut gehalten. Ach, gut gehalten. Gut gespielt. Gute Dore geschossen. Ja. Und bei den Gegnern war Jagdbar der Beste. Weiter geht's. Ins Menü. Auch mal eine schlechte Partie von Boatengen. Jerome Boatengen war in letzter Zeit in großartiger Form, aber seine Leistung im Spiel von Bayern München gegen Eintracht Frankfurt entsprach nicht dem von ihm gewohnten Niveau. Ja, es war nicht mein bestes Spiel, sagt er. Ja, ich habe in letzter Zeit sehr gut gespielt und vielleicht war es einfach an der Zeit für ein schlechtes Spiel. Aber ich werde den Kopf jetzt nicht hängen lassen und im nächsten Spiel wieder alles geben. Genau. Genauso muss man das angehen. Immer. Jugendspieler will weg. Alexandre Panera. Das schauen wir uns mal genauer an, wie gut der denn ist. Damit wir mal... Alexandre Panera. Der will weg. Ach was, dem bieten wir einen Vertrag an und verkaufen ihn beim nächsten Mal. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Geld dafür oder so. So. Oh, wann kriegen wir endlich diesen Agostinho Rios? Ich will, dass der endlich 16 wird oder... Mache ich erst mit 17 oder so? Ne, ich nehme den mit 16 oder Vertrag und er wird direkt verliehen. Und gut, noch einmal weiter bis zum Spiel gegen Rosenborg Trondheim oder wie ist das? Schauen wir mal schnell. Champions Cup Liga Tabelle. Nein, ich... Nein. Hm? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ah, hier. Spartak Moskau. Hm, okay. Spartak Moskau. Merke ich mir mal. Das Wappen meine ich jetzt. Gut, dann schaue ich noch einmal in mein Scouting-Netzwerk, weil ich hätte doch jetzt schon gerne noch ein paar mehr Scouts. Wer kostet denn am meisten? Der. Ja, dann werde ich mir den mal holen. Und warum habe ich nur so wenig Budget? Transfers, Budgetzuweisung. Ah, deswegen habe ich so wenig Budget. Das war nur einmal zwischendurch, genau. So, 50-50. 50-50 muss ich das ja aussprechen. Genau. Scout an... Nein, nächster Scout. Gibt's nicht noch einen... Doch, da ist noch mal einer. Pavel Chichros. Chichros. Wollen wir auch noch. Wir wollen ja gute Scouts haben. Aber die nächste Partie wird erstmal die Champions League sein. Und das werde ich dann im nächsten Part aufnehmen. Aber erstmal nochmal das Spiel aus und nochmal an. Weil es ist ja jetzt gerade schlecht, wenn es die ganze Zeit so ruckelt. Dann bedanke ich mich jetzt mal einfach fürs Zuschauen. Und hoffe, der Part hat euch diesmal gefallen. Und freue mich aufs nächste Mal. Ciao.